Das heutige Horoskop, Skorpion, 29. November 2023. Entdecken Sie Ihre Zukunft mit meinem Tageshoroskop für Sie über Liebe, Arbeit, Gesundheit, Geld und Vereinbarkeit mit anderen Zeichen. Ein stimmungsvoller, leidenschaftlicher Vollmond schimmert am Himmel. Seine Energie wird für den Rest der Woche anhalten. Während Sie Ihr Solarhaus zum Leuchten bringt, werden Sie ermutigt, tief in Ihre Wünsche und Beziehungen einzutauchen. Möglicherweise verspüren Sie sogar einen scharfen Fokus auf Ihre Beziehungen und beurteilen, wo Sie in Bezug auf Intimität und Sexualität stehen und ob Ihre Bedürfnisse in Ihrer Partnerschaft erfüllt werden. Für Paare ist dies eine großartige Zeit, um heiß zu werden und sich körperlich und geistig näher zu kommen. Singles können diesen Wahnsinn nutzen, um wirklich darüber nachzudenken, was ein Partner mitbringen sollte und wie Sie sich innerlich darauf vorbereiten können. Versuchen Sie heute, ein Gleichgewicht zu finden. Möglicherweise müssen Sie darüber nachdenken, wie Sie mit Ihren Finanzen und Ihren Kollegenbeziehungen umgehen können, wenn der Mond in den Zwillingen im Treigen zu Venus in der Waage steht. Das luftige Treigen kann leicht und dennoch produktiv sein, da es Sie zur Introspektive einlädt. Möglicherweise gibt es eine Menge zu bedenken, etwa Ihr Verhältnis zu Ihren Finanzen und wie Sie mit ungewöhnlichen Dynamiken unter Kollegen umgehen. Durch diese Phase des Nachdenkens fühlen Sie sich vielleicht selbstsicherer, was Ihre finanziellen Ziele angeht und wie Sie mit den Kollegen umgehen wollen, denen Sie möglicherweise einen heimlichen Verdacht entgegenbringen. Der Mond befindet sich nach dem gestrigen Vollmond immer noch in Ihrem Finanzsektor, aber da Sonne, Mars und der Zwergplanet Ceres in Ihrem Einkommenssektor noch in den Kinderschuhen stecken, kollidierte er mit allen dreien von vornherein. Da diese Konflikte nun aus dem Weg geräumt sind und Mercur dies zu einem guten Tag für Einkommens- und Beschäftigungsangelegenheiten macht, werden alle finanziellen Spannungen, die gestern möglicherweise entstanden sind, auf beiden Seiten der finanziellen Grenze zur Motivation werden. Es ist eine gute Idee, sich dem hinzugeben, was Ihre Kraft wachsen lässt. Dies beinhaltet sicherlich irgendeine Art von Bewegung. Empfehlenswert ist jede Art von Übung, die Ihre Herzfrequenz erhöht und gleichzeitig Ihre Gliedmaßen streckt, Laufen, Bikram-Yoga, Astanga-Yoga, Pilates und so weiter Leistungssport wird heute nicht empfohlen, da Ihre Energie durch die windlose Dynamik negativ beeinflusst werden könnte. Nehmen Sie sich Zeit, bevor Sie sprechen, Sie können gut mit Worten umgehen, wenn Sie genau wissen, was Sie wollen. Wenn es etwas gibt, an dem Sie gearbeitet haben und das bisher nicht zum Erfolg geführt hat, ist es vielleicht an der Zeit, damit aufzuhören. Ein Teil Ihrer Lebensherausforderung besteht darin, zu wissen, wann Sie die Grenze ziehen müssen, wenn es darum geht, Ihre Zeit, Ihr Talent und Ihr Geld zu investieren. Setzen Sie sich noch heute mit Stift und Papier hin und prüfen Sie, ob die Vor- und Nachteile zu diesem Zeitpunkt dort sind, wo Sie sein sollten. Wenn nicht, schließen Sie die Sache ab. Nutzen Sie die zusätzliche Energie aus der Schwingung dieses Tages, um dies zu bewältigen. Machen Sie sich keine Sorgen, schon bald wird es etwas Neues geben, mit dem Sie beginnen können. Seitdem die Sonne vor vier Tagen den Skorpion verlassen und ihren Geburtstagsmonat zu Ende gebracht hat, sind auch Mars und der Zwergplanet Ceres gegangen, sodass Sie zum ersten Mal seit fast drei Monaten keine Planetenaktivität mehr in Ihrem Zeichen haben. Venus wird es tun, aber in der Zwischenzeit hat dies dem Mond ermöglicht, sich in seinen letzten Stunden ungehindert und mit der Unterstützung der Kommunikationsgötter durch Ihren Beziehungssektor zu bewegen. Dann wird der Mond als Vollmond in Ihren Finanzsektor zurückkehren, was beide Seiten des Finanzzauns in Aufruhr versetzen wird. Bevor Sie heute Ihren Beziehungsbereich verlassen, wird der Mond in Ihrem Kommunikationsbereich einen freundlichen Aspekt zu Pluto bilden, was es alle vier Wochen einfacher machen kann, Ihren emotionalen Reaktionen und Beziehungen eine Stimme zu geben. Der inzwischen verschwundene Unterschied besteht in den persönlichen und oder Beziehungsspannungen, die andere kürzliche Besuche mit sich gebracht haben, und stattdessen mit Merkur, dem Planeten der Kommunikation, der nur fünf Tage von Ihrem Kommunikationssektor entfernt ist und auf dem Weg mehr Kommunikationsunterstützung verspricht. Täglicher Planetenüberblick Der heutige Tag markiert einen bedeutenden astrologischen Wandel, da Pluto, der Planet der Transformation, nach einer längeren Phase ab dem 1. Mai seine rückläufige Phase im Steinbock abschließt. Dieses Ereignis weckt den starken Drang, Hürden zu überwinden, die uns monatelang zurückgehalten haben. Es ist an der Zeit, den Vorwärtsdrang anzunehmen und Probleme anzugehen, die einer Heilung bedürfen, oder Situationen, die zur Lösung bereit sind. Diese Transformationsphase bietet eine Chance für persönliches Wachstum und unterstützt unsere Entwicklung zu unserem gewünschten Selbst. Nutzen Sie diesen Moment für die Veränderungen, die Ihre Lebensreise vorantreiben. Beachten Sie, dass zwei andere Planeten in ihrem Einkommenssektor bis zum Jahresende rückläufig bleiben, während Pluto direkt geht. Dies bedeutet jedoch keine Stagnation. Die professionelle Atmosphäre verbessert sich zunehmend. Dieser Fortschritt erschließt vergangene Chancen, zweite Chancen und ungenutztes Potenzial in den Bereichen Einkommen, Arbeit und Karriere. Kurz nachdem Venus in ihren Arbeitsbereich zurückgekehrt ist, richtet sie sich auf den Mund aus. Diese Konjunktion, die mit Plutus direkter Bewegung in ihrem Karrierebereich zusammenfällt, signaliert den Startschuss für die letzten beruflichen Monate des Jahres. Es ist eine glückverheißende Zeit, die zu selbstbewussten Schritten ermutigt. Wenn sich die Pläne nicht wie erwartet entwickeln, vermeiden Sie harte Selbstvorwürfe. Äußere Umstände beeinträchtigen oft Absichten. Machen Sie eine Pause, üben Sie Selbstfürsorge und lassen Sie die Ereignisse auf natürliche Weise ablaufen. Unerwartete Situationen können völlig neue Möglichkeiten hervorbringen. Erkennen Sie den richtigen Zeitpunkt, um Ihre Energie umzuleiten. Vermeiden Sie Selbstbezogenheit, insbesondere in geschäftlichen Angelegenheiten. Vermeiden Sie komplexe Geschäfte oder riskante Investitionen und reduzieren Sie die Ausgaben auf das Wesentliche. Verstehen Sie, dass Widerstand konstruktiv sein kann. Ihr Instinkt zum Geldverdienen wird wieder zum Vorschein kommen und Sie zurück zum finanziellen Erfolg führen. Himmel für heute Pluto befindet sich seit seiner Rückkehr im Juni auf einem rückläufigen Weg und markiert heute einen entscheidenden Wandel, da er in die direkte Bewegung übergeht. Dieses himmlische Ereignis signaliert nicht nur eine bedeutende Veränderung in den Finanzen, sondern markiert auch Plutos Reise zurück in seine reguläre Umlaufbahn. Interessanterweise kehrte Pluto innerhalb von weniger als drei Monaten nach seinem Abgang in seine vorherige Position zurück. Jetzt, da es direkt weitergeht, beginnt der Planet des Wandels und der Revolution seinen Weg zum Aufbruch, der erst im Januar erfolgen wird. Dieser längere Aufenthalt bietet ausreichend Zeit, die in der Retrogradationsphase gewonnenen Erkenntnisse praktisch anzuwenden. Möglicherweise stehen Sie derzeit vor einer scheinbar herausfordernden Situation. Es ist wichtig, dass die Situation nicht außer Kontrolle gerät oder sie überwältigt. Es ist von entscheidender Bedeutung, ruhig und nachdenklich auf alle unangenehmen Umstände oder Emotionen zu reagieren, die Sie hervorrufen. Denken Sie daran, dass diese Störungen oft vorübergehender Natur sind und in der Regel vorübergehen, ohne nennenswerte Schäden zu verursachen. Priorisieren Sie in dieser Zeit Ihr Wohlbefinden und Ihre Gesundheit. Seien Sie bei Finanzgeschäften vorsichtig. Wenn Sie Ihr Kapital jetzt investieren, könnte dies negative, sogar katastrophale Folgen haben. Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, unkluge finanzielle Entscheidungen zu treffen. Wenn Sie eine größere Anschaffung geplant haben, kann es sinnvoll sein, diese noch etwas hinaus zu zögern, da unvorhergesehene Ereignisse Ihre Pläne bald durchkreuzen könnten. Bleiben Sie wachsam und erwägen Sie, Ihre finanziellen Ressourcen zu schonen, bis sich die Bedingungen verbessern.